So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Und teuer, weil Zeus eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. So, der erste Mal schwankt. Gebt den Befehl, erhöht die Schlagzahl. Ja, mein Kapitän. La la la. Sie schicken eine Oktere, eine schwimmende Stadt. Verdammt, wollen die Götter meine Flotte versinken? Verfluchter Poseidon, ersticken sollst du an dieser weiten Flisch. Kopf hoch, alter Mann. Beleidige die Götter nicht ohne Grund. Vornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige. Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen. Ein Biest muss noch erlebt werden. So, der ist schon mal Geschichte jetzt. So, ich bleibe jetzt ein bisschen in Deckung. Das war nämlich der Fehler, warum ich das letzte Mal so falsch gemacht habe. Bereit zu feuern! Feuert! So, jetzt sind die doch in Geschichte. Ne, sind zumindest bei der kleinen Nervenkeks da in die Schichte. Wir bleiben weiter in Deckung. Wir arbeiten weiterhin die komplette Nummer in Deckung, ja. Wir müssen warten, bis wir wieder geladen haben. Und dann müssen wir nach und nach arbeiten. Wir müssen weiterhin arbeiten. Wir müssen einfach nach und nach, einfach in Deckung bleiben. Einfach erst mal nur in Deckung bleiben. Mehr kann man jetzt eh nicht machen. Dann müssen wir es da und nach. Wir haben jetzt zwei Salben gesetzt. Drei, also zwei vermutlich brauchen wir noch. Normale Fahrt! Wir werden ungeimpft! Noch nicht ganz. Dann mal wieder warten. Immer noch warten. Die schießen natürlich jetzt fleißig. Ein, zwei, drei. Naja, vielleicht noch zwei her. Und weiter abwarten jetzt. Mehr können wir gerade nicht tun. Das ist nämlich der Fehler. Deswegen habe ich ja... Naja, vielleicht noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt noch einen Volltreffer landen müssen. Wir bleiben weiterhin in Deckung. Wir erwarten jetzt, dass wir noch die drei Ladungen haben. Das war der Fehler, den wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir haben nicht unsere Deckung begeben. Ich muss euch gerade was sagen dazu. Ich war tatsächlich kurz davor, das Let's Play abzubrechen. Ich war wirklich kurz davor. Ich habe die Folge jetzt wieder gelöscht, wo ich mich ziemlich aufgeregt habe, weil, wie gesagt, das nicht funktioniert hat. Warum auch immer. Mein Fehler war nicht, Deckung zu gehen. Das, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Deckung... Äh... Da haben wir was hingekriegt. Das Schiff konnte uns jetzt nichts anhaben, weil er nicht fiel. Und er hat noch genug Leben. Und, äh... Ja, wir haben es deswegen dann auch irgendwann versinkt. So, wir haben es auf jeden Fall dann geschafft. Neue Aufwärmesession, abgeregt. Und jetzt fährt so doof. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von tausend Schiffen. Ob Kleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff von Steuerbord! Also verfahren! Polomäus-Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schilfboote und entkommt durch den Nebel. Ich erledige das hier. Das Schicksal ist ein heutiger Hund. Ah ja, genießt die Ruhe. Ich bleibe hier am Stamm. Äh, fliegt ihr Narren! Ignoriert die Pfeile! Ja, ha, 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 ha! Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Göttin! Jedenfalls haben wir's geschafft. Gott sei Dank! Und das sogar beim ersten Mal direkt mit einer neuen Aufnahmsession. Weil ich mir ein Video tatsächlich dazu angeguckt habe, wie es dann irgendwie funktioniert. Wie gesagt, mein Fehler war halt, diese Scheiße nicht in Deckung zu gehen, sondern das feste Haus zu setzen. Ich weiß nicht, wie ich ein Level gehabt hätte, um das vielleicht 40 und etwas vielleicht nicht aussitzen können. Aber es ist ja gewesen. Wir dürfen auf keinen Fall römisches Blut vergießen. Man kann nicht bis an die Zähne bewaffnet in den Palast spazieren. Dann legen wir die Waffen ab. Bewaffnet oder nicht? Sie wird erkannt werden. Dies eine Mal mag ein königlicher Auftritt unnötig sein. Was machen wir jetzt aus dir? Dürüm oder was? So. So, wir spielen jetzt tatsächlich Aja und nicht Bayek. Wer sind wir? Ich übernehme das Reden. Kein Zutritt ohne Eskorte oder königliches Siegel. Bitte was? Wir sind der Nummer von Heliopolis. Und das sind meine Fehlerkitarien. Wir bringen Geschenke von unseren örtlichen Händlern. Lass sie passieren. Mit einer Eskorte. Folgt mir. Hier entlang. Unser Imperator weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Habt ihr den warmen Empfang genossen, für den unsere Pharaonen berühmt sind? Wir feiern erst, wenn eine Allianz besiegelt wurde. Euer Vesier und der König haben uns hier im Palast würdig untergebracht. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass mein Imperator euch empfangen wird. Das verstehen wir. Du bist ein guter Legionär. Wir haben Geduld. So, bleiben wir mal ein bisschen weg von seiner Fackel. Wir haben genug Waren, die uns wahrscheinlich dezenter den Arsch ritten könnten. Wir kommen vom großen Pharaob Ptolemaeus dem 13. Gesandte aus dem Osten mit Geschenken für euren Imperator. Und weiter. Eine Opfergabe? Soll ich euch helfen, den Teppich zu tragen? Nein, tut mir leid. Das wäre ein Sakrileg. Nur die Philakitei dürfen ihn berühren. Sie wurden vom Hohepriester geweiht. Klar, sonst würde natürlich die ganze Tarnung auffliegen. Trete zur Seite, Legionäre. Offizielle Gesandte des Pharao. Wer bist du? Du siehst aus wie ein Pharao aus dem Hippodrom. Das bin ich. Besuch doch mal ein Rennen. Der Sivanische Krieger. Weiter hier entlang. Wir bleiben im Palast, bis die Politik geklärt ist. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Früher oder später. Pompejus war euer Gegner, Cäsar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht. Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeih, mein Cäsar. Ein Geschenk unserer Pharaonen, Kleopatra. Pharaonen? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist deine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit. Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus! Alle! Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist! Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen. Morgen wird unsere Königin-Schmeicheleien in Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert zehnfach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Ah ja, lieb. Danke für dein Kommen. Alles läuft gut mit dem großen Cäsar. Gut, meine Königin. Bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Cäsar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen. Alexander den Großen. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zistern und Kanäle darunter suchen. Und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch. Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das. Exzellent. Viel Spaß. So, erreiche den Eingang zum Grab. So, jetzt müssen wir gerade nur mal gucken. Ach, wir haben keine Karte, ne? Warte mal. Wo müssen wir... Ach, wir müssen uns zum Grab irgendwie da runter. Alles klar. Gut, dann machen wir das jetzt. Erstmal lassen wir die Jungs mal da stehen, wie sie gerade sind. Ich glaube, wenn wir den jetzt... Wenn wir die jetzt... Wenn wir die jetzt angreifen wollen... Gut, Zeno ist nicht verfügbar, weil der natürlich Bayer gehört. Oh, da kommen wir da rum. Wie schläflich sind die? Moin. Zwölf. Ja gut, ich könnte die töten, aber wir sind level 31. Ich muss überlegen, wie komme ich da... Oh, Gebiet nicht verfügbar. Das heißt, das muss hier irgendwo sein, der Eingang. Aber wo ist der Eingang? Wie ist der Eingang? habe ich dir von dem poeten katholos erzählt ich sehe selber nach nur für den fall zerbrochener speere diese römer haben wirklich alles versucht sie hatten recht dieser weg ist wirklich versperrt das erdbeben hat wohl die struktur verändert seltsam diese wand ist nicht so stabil wie sie aussieht es muss einen weg geben herum oder mittendurch so erkunde die tunnel aber liebe leute das machen wir dann in der nächsten episode bis dahin tschüss